Verdammt nochmal, ja! Hey! Äh... Ja, hier noch ne Fe... Okay, der kann das nicht mehr tragen. Alter, das Jagdgewehr. Ah, na, 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 es geht. Boah. Das ist krass. Das ist... Boah... Ah, nee. Metallwüstung. Aber... Hm. Boah, was? Way the power, ey. Nice. Mal... Ich guck mal, ob ich irgendwas... Noch... Ablegen kann. Er, für gar nix. Naja... Ja, wir sind ja jetzt... Noch im... Aber hier war noch ne andere Frau, ne? Warum... Eine Mini-Atomwirbel. Hm... Eigene Basis haben die hier, wa? So ähnlich wie unsere. Das ist echt krass. Oh, da ist noch mehr. Mann! Hm... So ne Wasserpumpel. Ich grad nicht. Ah, was wir auch machen können. Ist was verbraten. Hahaha. So. 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 Irgendwann am Spieß. Ja, sind auch am Level Up. Das weiß ich. So, Getränke. Gibt's da was? Nee. Suppe. Ah, Gemüsesuppe. Her damit. Nein. Ach. Wertbares. Irgendwiese. Danke. Ja. Nein! Die gibt's ja auch noch. Fuck! Guck mal, hier war's Werkstatt. Ach! Das ist jetzt unsere Basis. Das ist jetzt unsere Basis. Mhm. Cool. Ach so, deswegen hier die ganzen Gegengestände. Halt. Weiß ich nämlich unlogisch finde, dass die noch hüpfen kann. Boah ey. Das ist überhaupt nicht nervig. Hätte jetzt hauen. Aber den können wir wegmachen. Der ist kaputt. Geh mal hier rum. Ja, warte mal. Wir gucken mal, was da drin ist nochmal. Also hier. Ja, das können wir aber wegmachen. Ich weiß, das ist so eine Schutzwahl eigentlich. Aber... Was ist da die Tür? Hier. Mhm. 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 Das ist ein Rekrutierungssignal. Ich guck mal. Oder? Ich guck mal, ob ich hier... Hier ist es. Ach du Scheiße, fehlt dir alles. Leuchtkasten Was haben wir hier oben? Ah, ist das doof Nichts, okay Stellen wir doch mal hier ein neues auf, oder? Ah, genau nicht, Mann! Habe ich das auf der Karte markiert? Also, müsste er eigentlich Ja Okay Anscheinend bin ich das weiter Aber wie viel über stehen wir denn jetzt? 308 Dann lassen wir was liegen, ne? So Transfer So, was haben wir denn hier an Schrott? Da kann man dann direkt das hin tun So, perfekt So, jetzt gehe ich nochmal zurück Lager das alles mal ein Und dann treffen wir uns hier wieder bei Okay Ja, hier mit dem Vorort, ne? Mal gucken, was da ist Ob Ich bin sicher, dass jemand anders hierfür nicht wissen Der hängt nicht weg Was? Wie ist das mit Lassen Sie es krachen, Mann Geht das, wenn ich jetzt hier mit reise? Ja, okay Ja, dann sehen wir uns nochmal Bis dahin, tschüss! Hey, es geht weiter So So Da kann man das Laser-Gewehr mal nehmen Oder? Ja Ja Ja, wir bleiben hier Wo ich gerne mal Wissen Würde, was da ist Ich guck mal Ich guck mal Was gehört jetzt hier irgendwie dazu? Auch nicht Alter Alter Es ist noch eins Alter Was? Scheiße, keine Munition mehr Nein Was? Das wäre eine brabe Röse, Worscht Achso, ist schon tot Hey Haben wir es auch mal mitgenommen Was hat der mit Puppen, Alter? Wie der Puppen für dich ist Ah, jetzt haben wir es Das wärs Zwar wenig Was soll der Scheiss hier? Fall mal hier auf, wie es hier aussieht Richtig Scheiße im Hals Ein Kochherd, achso, da kann man das durchmachen Was mag da drin sein? Ähm, ich habe mir jetzt die Metallgusten angezogen Und dann habe ich es verglichen mit dem, ähm, Kavik-Ding 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 Mit Helm Ähm War schlechter Also habe ich es dann zu Hause gelassen Komm schon hier hoch Ist eigentlich nur so ein Transporter, ne? Mehr nicht Ja dann Bei der Runde Die Runde hatten wir schon So, der eine aber nur So, jetzt gehen wir aber wirklich mal Hier hoch Also irgendwo hier So eine Art gewesen sein Hier ist unser Lager 106 haben wir Was ist das denn da? Ist das was? Ne, ist ein Gebüsch Ein Gebüschschimmel Bin ich erstaunt Da leuchtet was Hallo, ist hier jemand? Ist hier jemand? Ich bin der Inspektor Was ist das denn da? So, so ein Grasbusch Textur Was ist das da? Keine Ahnung Datos Und ein Kampfmesser Und ein Kampfmesser Du scheiße Wahrscheinlich Wohnt hier jemand Aber wir kommen Perfektes Moment Und klauen alles Hehehe Ist hier auch was? Ne Schade Ja Kommen wir mal weiter Und zwar wenn man hier runter geht Und zwar wenn man hier runter geht Ne? Der geht doch da hier rum Ne? Hehehe Hehehe Juste dort Das ist das Das ist das Ah Das ist ja Schade Schade Verbeiß Verbeiß Boah Alter Habe ich mich erschrocken Kommt raus und kennt Wenn ihr euch traut Ne Er ist ein Murlocs Alter Ausfall Von vorne müssen wir an die Ne? Ja Man darf sich auf den Panzer treffen Alter wie ich mich erschrocken Habt ihr das selbst gesehen Ne? Wie ich mich da erschrocken habe Unfassbar Ich hab noch nichts bewacht Schade So jedes Haus wahrscheinlich Wede Art Scheisse Ah Oh Der macht die ganze Arbeit Unfassbar Unfassbar Ah Da ist noch ein Hund dazu gekommen Ne Schaukel Boah mir wurde immer schlecht wenn ich ne Schaukel drauf saß Boah mir wurde immer schlecht wenn ich da drauf saß Das ist extrem Ich kann mal sowas tapsen wenn ich die gerade im Ohr gehabt Was hatten die hier jetzt? Bierflaschen Die kriege ich nicht Sie wollen doch den Müll bestimmt nicht mitnehmen oder? Was? Kein Müll Besser als Ausarbeit Genau Glaubt er sich Müll Okay So 6 Ach ich will die Flasche hier Das ist kein Safe Okay Und was? Das haben wir an ne? Schon erforscht Aber ist ja auch nix Hier ist was Die sind Die sind alles Autos Wie krass gemacht ne? So So hier genau nehmen Soll er aufs nächstes sein Wahrscheinlich der Zug oder wie? Wie komm ich denn da ran? Hä? Ich will das haben Ich will das haben Hä? Ich kann die nicht mehr öffnen Statt der Schlösser knappen kann ich das nicht Hier geht's nicht Ah warte Er ist zu gut geschätzt Zu gut geschätzt Zu gut geschätzt Aber wir hatten doch jetzt Worte Wir haben ein Level Up Mischkele mal Ähh Dein Fliegeländers Mit dem Fliegeländers Schreibstall Nein Wo ist denn das? Hier Hier Vielleicht geht das jetzt? Ja Willkommen Och du Scheiße Blubbing Stimmt ein Buchstabe Ähm Das wärs Ähm Tür öffnen Da haben wir den da Nice 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 Wer ist der Beste? Haha Ist ja nicht so Friant Das Ding So aber Egal Ich guck mal Zum nächsten Punkt Der ist ungefähr Hier so würde ich sagen Also ein bisschen runter Die Brücke vielleicht Kann schon sein oder? Speichern Speichern Hm Müsste eigentlich hier sein Da ist unsere Station Da ist unsere Station Oder ist das doch unten Gott sei Dank Aufseite Ach du Scheiße Guhle Guhle Fehl aber nicht platt Fast keine Muni Guck mal Ich werfe mal meine Granate Guck mal Wie geht denn das nochmal? Ich muss halt mal gucken Bevor wir jetzt wegziehen Das ist optimal Jetzt Scheiße Du Ah Leuchten Da kommt jetzt Scheiße Ja Wir haben ihn Hm? Äh Alter Was kann ich denn sagen? Aber da muss man einfach zugreifen Sollte das da sein? Sollte das da sein? Aber gut, ne? Welche Ironie Das Radioaktivität in Fäden wohl hält Ja Ja Auf die Verfahren Wir gehen mal zurück Ja Ja Ja, kann man machen, ne? Oh, wir warten mal Ich habe da gerade ein paar Punkte noch gesehen Von da aus Nach links Nach links sind es, äh, vier Punkte Nach links sind es, äh, vier Punkte Soll ich die Kampffuß nur hier ablegen? Ja, ne? Können wir machen Jetzt habe ich da alles voll mit Kampfanzügen Lass mal lieber Oh, oh, oh Brauchen wir was zu snacken Was ist denn hier alles? Coca-Cola, what the way? Stim-Pack of Null So Gibt auch noch Kronkorken Deswegen nice Dort entlang Dort entlang Speichern Volleske Rennen, alter Warte, 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 warte Hier das? Warten wir Noch nicht, oh, okay Das ist Und? Oh Steht'n da ab? Schrette dich, warte Oh Was war? Ist da noch eine? Hey, wer bist du? Du hast mir das Leben gerettet Bitte, für dich Boah, was? Ja Hm Hm 250 Wo war nochmal die Stelle da? Meint die Äh äh Da ist ein Coca-Cola Und? Die Kaffeetasse Und hier im Klo ist nix Okay Weil sonst versteckt sich da irgendwie wird Hier ist ein Auto Ist mal nix Was? Speicher Was ist denn das da? Hm Psychopathen? Wow Alter Was? Warum stirbst du nicht endlich? Was zum Teufel? Wie explodieren die Hunde? Die facken das Ach Woher? Woher? Da Haben wir keinen Sniper? Scheiß auf den Soll er kommen Wenn er was zu meckern hat So Hast du dich verpisst was? Ich lasse nie eine Aufgabe unverwendet Irgendwann finde ich dich Ja, geh doch auch da hinten Ich muss sagen, dass ich nicht traue Wenn du dich traust Was willst du? Jetzt wird mir mal aufgeräumt Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Wo ist der? Ist wohl Spielchen mit mir spielen, was? Da Kleiner Drecksack Kleiner Drecksack, wa? Penner Meint er da rumzuwerfen Schrauben ziehe in den Toaster Das darf man nicht, Kinder Ach so ist die Mausratze Hier könnte man schlafen Hier könnte man schlafen Mach schau So, hier voll Ey, kotzt was Ich höre aufmerksam zu Ey Mein Hab und gut Mein Hab und gut Kriegs Ach wir haben noch Ach so ja stimmt, den wollte ich eigentlich upgraden Mal gucken, was das war Aber ich habe es vergessen Okay Ähm Er hat halt immer mit seinen Schuhflinten Die sind so oft Hundeheiz Man kümmert den ein Hundeheizkette, krass Ist nicht gut Das Dann haben wir hier was mit Taschen aber Ist auch nicht gut Dann Schrott Alles Geh Geh Bitteschön Bitteschön So der Alter der Hund Einfach mal voll am Sich selbst zerstören Sich selbst zerstören Der ist auch nicht mal bei Trost Ey Was machen wir denn jetzt eigentlich Nicht Achso da Achso das ist auch ein Standort Den habe ich vergessen Die USAF So wir können auch da reingehen Machen wir jetzt glaube ich Ja Machen wir jetzt Machen wir Sonst haben wir nichts übersehen Rüstungswerkstatt Nein Ich werde den Hammer haben Wenn es geht Was hat die Keine Ahnung Hey Okay Was ist das hier Zentrale Oh jetzt wird es Spannend Wenn ich das anpacken darf Ma'am Dieser Ort Wirkt ein wenig gefährlich Hier ist es merkwürdig Hält wirklich niemand mehr etwas von ausreichender Beleuchtung? Also Kann noch jemand kommen? Kann noch jemand kommen? Alter Ja Der rumgeschossen hat Keine Ahnung Ich fange langsam an durch zu drehen Das glaube ich auch Ja Ich fange langsam an durch zu drehen Ein mögliches Terminal Ist durch ein Terminal gesperrt Ja guck mal hier Ist sogar verbessert das So warte mal Begins Zwei Treffer dreht schon Boah Weather Nee Longer Nein Beyond Nein Achso Achso das ist ja das End Na Spiris 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 Oh Na also Aha Movies Check-In-Protokoll Tägliche Besprechung Nachrichten Nachrichtenbaum öffnen Und Nachrichtenbaum öffnen Was Achso 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 Geschafft Nö Vor 200 Jahren Man kann immer gewinnen Ich gedacht dass es so viel Staub geben könnte Vor zwei Jahren Oh was hat er gesagt Ja Patronen 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 Später Granate Später Mine Ja cool Ist aber gleich hier voll Ja ich bin doch der Ober Messi Weißt du doch Und zu den Messis gegangen Oh man Hacke nicht So Ja haben wir noch nicht Okay Sonst gehen wir wieder raus Der Mann hat es bemerkt aber die Leute nicht Die hören das aber mal Von da bis dann da Warte mal Ich schiesse ihn mal von da oben ab Wer Was ist denn Was ist denn Da Steck Und raus ist wer Hehehe Hehehe Dein Eiltraum Ach das kotzt du das Warum müssen sie sich überbären Ich versteck mich Ich versteck mich Ich versteck mich Scheiße Ich hab sie verloren Hier ist einer Zeig dich Los Wenn du dich traust Du musst doch unbedingt den Helden spielen Was Alter wie geht Nahkampf weiter Äh 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 Keine Ahnung Kann ich hier nicht stehen Scheiße Arschloch Was ist denn Was ist denn Was ist denn Der ab Ack ack Ich geh mal weg hier alter Der hat's ja nicht mal die alte Oder Was meinste Uhhh 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 I Uhhh 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 Alter Kann ich mal... Endlich. Was ist der andere? Was ist das? Wo bist du denn? Jung, zeig dich! Da drin? Einfach Acker... Bist du blöd? Deine ganze Crew ist am Arsch. Du sagst du hast einen Spaß? Bist du blöd? Hm. Ah! Mann! Alter, was ist da? Mit der rechten Ecke habe ich Schwierigkeiten. Hier. Ähm... Splittermine... Springmesser... Boah... Ist dies cool. 27... Ja... Da braucht man nicht... Braucht man nicht... Auch nichts... So... Ah... Jetzt kann er nichts mehr tragen... Und ich mit einer Kaffeetasse... Und ich mit einer Kaffeetasse... So... Gehen wir mal runter... Und Stadt nehmen wir einen Besuch ab... So ein Hohlkopf ist das einfach... Gelbe Farbe... Alter, die Minigun... Die muss viel wiegen... Ah... Das ist... Blöd... Was kann man hier machen? Hä? Alter... Offline... Alles offline, aber was? Was denn der? Endlich... Pisser... Bierglas... So... Überfälliges Buch... Ein Bleistift... Der Petin...